Hallöche meine Schnucki, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Tagebuchteil und ich starte direkt aus der Halle raus. Wir haben heute Montag und es ist wieder ein bisschen was angekommen. Ich habe hier schon mal wie wild drin rumgekramt. Ich habe hier neue Anhänger-Sets für euch, die werde ich euch später nochmal ausführlich zeigen. Dann gibt es hier auch noch was Neues. Hier ist ein Stift drin, den ich jetzt erstmal testen werde. Und hier sind Metallaufsätze drin, so 6er-Sets. Komme ich jetzt gerade nicht ran, aber packe ich euch auch nochmal aus und zeige ich euch nochmal ausführlich. Wahrscheinlich, wenn ich dann nachher zu Hause bin. Ich habe mich schon ganz aufgeregt, das einmal alles auszupacken. Außerdem ist hier schon ein bisschen Osterware angekommen. Das sind zwei Sachen, die ich schon mal im Shop hatte. Die habe ich auch direkt wieder online gestellt. Dann haben wir einmal dieses süße Häschen. Das kennt ihr vielleicht noch vom letzten Jahr. Und noch der schöne große Osterkranz. Aber wo habe ich den denn jetzt? Ach, hier unten. Genau. Gar nicht so weit weg. Aber komme ich da ran? Komme ich da ran? Hier ist der Osterkranz. Eigentlich habe ich ja gedacht, oh nee, jetzt so früh mit Ostern anfangen. Aber ich mache jetzt gar nicht viel Werbung drumherum. Ich stelle es einfach online. Und wer das jetzt schon entdeckt und sagt, ach Mensch, eigentlich, warum nicht? Der kann es ja jetzt schon kaufen. Ansonsten bleibt das dann erstmal so im Shop. Und dann gucken wir mal. So, was gibt es sonst noch zu erzählen? Nichts weiter. Doch, da ist noch was. Aber das sind Sachen für die Weihnachts-Mystery-Box. Die stelle ich aber jetzt online, wenn alles von der Ware angekommen ist. Weil ich einfach Angst habe, dass ich die Boxen schon so wie wild verkaufe. Und dass der Inhalt für die Box nicht komplett rechtzeitig ankommt. Deswegen bin ich ja noch so ein bisschen verhalten und warte noch ein bisschen. Aber weil das ist so, so süß und so, so toll. Ihr werdet es feiern. Das wird nicht in den Shop kommen. Das wird es nur exklusiv dann in dieser Weihnachts-Mystery-Box geben. Wenn das soweit ist mit der Box, werde ich dann nochmal ausführlich was zu sagen. Deswegen, dabei belassen wir es jetzt. Ja, Schnuggis. Ich würde sagen, mal gucken, wie es so weitergeht. Ob hier noch was kommt. Ansonsten sehen wir uns vom Schreibtisch aus und ich zeige euch dann die neuen Sachen. So, zurück aus der Halle am Schreibtisch. Und jetzt möchte ich euch natürlich die neuen Produkte nicht vorenthalten. Ich werde euch jetzt mal die Sachen ausführlich und genauer vorstellen. Wir haben einmal das neue 6er-Set Metallaufsätze im Shop. Neu. Ihr habt bei dem Set immer eine Einzelspitze für eckige und runde Steine mit dabei, aber auch eine gebogene Spitze für runde Steine. Die könnt ihr bei eckigen leider nicht anwenden. Das habe ich schon mal versucht und bin kläglich gescheitert und habe mich noch gewundert. Was ist das hier für ein Quatsch? Aber diese Spitze geht wirklich nur bei runden Steinen. Außerdem ist ein Korrekturschieber mit dabei. Ihr wisst ja, der ist besonders praktisch. Wenn man etwas schiefe Reihen gelegt hat, dann kann man mit diesem Schieber diese Reihen wunderbar korrigieren. Benutze ich sehr, sehr oft. Dann gibt es noch einen 4er-Mehrfachaufsatz mit dazu, einen 7er und einmal einen 10er-Aufsatz. Und alles in so einem wunderschönen Metallic-Regenbogen-Look. Ich finde es sehr, sehr hübsch. Zusätzliche Dichtungsringe sind noch mit dabei. Und ich habe mal ausprobiert. Sie sind mit allen meinen Ergostiften aus dem Shop kompatibel. Also könnt ihr einfach die Ergostifte, die ihr schon habt, benutzen. Oder wenn ihr noch keinen Ergostift habt, könnt ihr den natürlich bei mir im Shop noch zusätzlich dazu bestellen. Einfach die Mehrfachaufsätze oben draufsetzen, ein bisschen drehen und dann ist das Ganze schon fertig. Ich sage immer Mehrfachaufsätze, obwohl das ja gar keiner hier ist und der auch nicht. Aber einfach die Aufsätze oben draufsetzen. So kann man es auch sagen. So, dann haben wir noch ein zweites neues Produkt. Das ist dieses hier. Total schnuckelig. Richtig schnuckelig. Ich wette, wenn das Video online ist, dann habe ich schon das eine oder andere davon gepaintet. Also ich habe es mir ganz fest vorgenommen. Wir haben hier insgesamt zehn wunderschöne Tiermotiv-Anhänger. Alle sind in Form eines Donuts, voll süß. Also ein Kätzchen. Dann haben wir ein kleines Einhorn. Einmal einen Löwen. Achso, das war schon das große Einhorn, denn hier ist das kleine Einhorn. Habe ich vertauscht. Dann haben wir einmal ein Rehentier, einen Pinguin, ein Küken, außerdem noch ein Panda, nochmal ein Reh und ein kleines Schweinchen. Und das Schöne an diesen Anhängern, die sind nicht aus Papier, sondern aus so ganz dünnem, robusten Plastik. Dadurch sind die natürlich wunderbar haltbar und schön feste. Ja, ihr könnt die vielseitig anwenden. Ihr könnt sie entweder als Geschenkanhänger benutzen. Ihr könnt sie als Anhänger für Weihnachtsbaum zum Beispiel benutzen oder für den Osterstrauß. Also die sind ja auch wirklich Jahreszeitenunabhängig. Ihr könnt sie einfach so irgendwo anhängen. Ihr könnt sie auch als Schlüsselanhänger benutzen. Oder an die Mappe zum Beispiel geht auch. Also sie sind wirklich vielseitig einsetzbar. Ich wette, ihr habt da auch schon Ideen im Kopf, wofür ihr die verwenden könnt. Im Set ist alles dabei. Kennt ihr ja nicht anders. Wir haben hier einmal die Strasssteine, die mit dabei sind. Ein Standard-Toolkit mit Stift, Wachs, ein paar Tütchen und natürlich dem Schiffchen. Und auch noch Band zum Aufhängen. Aber da könnt ihr ja verwenden, was ihr möchtet. Also könnt ihr euch auch selber Band zu Hause nehmen, wie ihr das so wollt. So, genau. Finde ich super, super cool. Also, vielleicht zeige ich hier in diesem Tagebuchteil noch den ein oder anderen Anhänger, wie ich den painte. Das muss ich mal gucken, aus welcher Perspektive ich das dann filme. Denn für TikTok habe ich mir schon vorgenommen, dass ich da so ein kleines Community-Projekt mache und euch frage, womit ich anfangen soll. Und dann picke ich mir die Kommentare raus und mache da ein Video drauf. Genau, so der Plan. Und vielleicht kann ich auch dieses Video hier mit einblenden. Mal gucken, wie das so reinpasst. Aber ich halte euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden. So. Ja, schön, schön, schön. Ich bin gespannt, was noch alles so los ist die Woche, was noch alles so passiert. Hoffentlich kommt wieder ein bisschen schnuckige Ware an. Dann kommt noch dazu, was wollte ich noch sagen? Ne, jetzt habe ich einen Fall verloren. Ich wollte sagen, ich werde jetzt weiterpainten an meinem Herbstbild. Und ich kriege so viele überraschte Kommentare von euch, die das Herbstbild jetzt so krass feiern. Das habe ich, glaube ich, auch schon im letzten Tagebuchteil gesagt. Bin mir jetzt aber gar nicht so richtig sicher. Und ja, es ist richtig stark. Also einige haben geschrieben, Mensch, ich bin ganz überrascht von den tollen Farben. Und es sah jetzt einfach auf dem Vorschaubild gar nicht so spektakulär aus, sondern eher langweilig. Aber wenn man jetzt dir beim Pinten zuguckt und diesen Farbverlauf sieht, dann ist das wirklich ein sehr, sehr spannendes Bild. Also es ist spannend. Und es macht unfassbar viel Spaß. Ich sage es euch. Also es läuft einfach. Und ich bin ja jetzt hier schon bei der Hälfte angelangt. Flutscht wirklich einfach durch. Schön wäre es natürlich, wenn ich mehr Zeit hätte. Aber es kennt ihr ja schon. Das sage ich ja jedes Mal so. Ja. Dann habe ich noch eine Neuigkeit. Es ist nämlich noch ein Stift angekommen. Der wurde mir von einer Zuschauerin empfohlen. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt schon zeigen möchte. Nee, ich will den erst testen. Und sie hat gemeint, wenn du Probleme hast mit AB-Steinen, dann musst du diesen Stift benutzen. Der ist wirklich extremst gut. Und man hat gar keine Probleme mehr mit dem Wachs oder dass die Steine nicht mehr halten. Und das möchte ich natürlich ausprobieren. Nun weiß ich gar nicht genau, an welcher Stelle ich hier wieder mit AB-Steinen arbeite. Ich glaube hier oben im Blatt. Da muss ich mich dann erstmal nochmal vorarbeiten. Ansonsten hatte ich überlegt, ob ich mir einfach eine Blankoleinwand mitnehme. Und einfach die Reststeine von Secret Picture Nummer 15 da drauf verballere. Um einfach mal wirklich zu testen, kontinuierlich, ob das so funktioniert mit dem Stift. Das ist eigentlich ein guter Plan. Ich glaube, da muss ich morgen dran denken, wenn ich in der Halle bin. Dass ich mir da so eine Leinwand mitnehme. Das könnte ich eigentlich machen. Und ob ich das alles in diesem Tagebuchteil noch schaffe, euch zu zeigen, weiß ich nicht. Weil ich diese Woche zeitlich doch sehr stark eingebunden bin. Und das ja doch etwas mehr Zeit in Anspruch nimmt. Und vielleicht seht ihr es dann erst nächste Woche, wenn ich mehr Zeit habe. Ich muss mal gucken, wie ich das mache. Ja, aber jetzt heißt es erstmal, feuerfrei und am Herbstblit weiterarbeiten. Und das Ganze könnt ihr wie immer im Zeitraffer sehen. Und übrigens, offensichtlich ist es kaum jemandem aufgefallen. Letzte Woche habe ich einen Zeitraffer doppelt gepostet. Und nur eine einzige Person hat mir das geschrieben. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass ihr euch den Zeitraffer gar nicht anguckt. Oder den sogar vorspult. Das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich kann auch auf den Zeitraffer verzichten. Habe ich gar kein Problem mit. Wäre mal interessant zu wissen, ob ihr den überhaupt guckt. Ob euch das überhaupt interessiert. Oder ob ihr sagt, ja Zeitraffer, mir doch egal. So, jetzt geht es los mit Painten. Schnuckis, nächster Tag zurück in der Halle. Und hier ist was angekommen, was ich gerade schon total angetätschelt habe. Um das Ganze für TikTok und uns da zu drehen. Und ich bin hin und weg. Ich bin hin und weg. Ich habe noch nie sowas Geiles geknetet. Ich möchte am liebsten wissen, was da drin ist. Also, ob da ein Gel drin ist oder irgendwas. Es fühlt sich einfach nur sowas von genial an. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was ist denn das? Also, wenn die Gratis-Stifte aufgebraucht sind, dann gibt es diese süßen kleinen Igelchens hier. Ab einem Warenwert von 50 Euro. Wenn ihr den Rabattcode-Geschenk einlöst, gratis mit dazu. Ihr werdet es lieben. Also, wenn ihr schon mal Squishies hattet und Squishies feiert, dann ist das hier wirklich die Königsdisziplin. Das fest sich so unfassbar gut an. Ich werde die natürlich auch so in den Shop stellen. Die könnt ihr auch so kaufen. Ich würde aber die Farbwahl dann zufällig entscheiden lassen. Also, ich will jetzt nicht extra sagen, okay, welche Farbe. Sondern ich greife dann einfach wahllos rein, wenn ihr so ein Ding bestellt. Und, ja, ansonsten müsst ihr euch noch gedulden. Erst wenn die Stifte aufgebraucht sind, dann geht die Aktion mit diesen Igeln hier los. Aber die sind so geil. Also, geht gar nicht. Geht gar nicht. Ich wünschte, ihr könnt es fühlen. Ich bin ganz begeistert. Ja, ansonsten ist hier nichts weiter passiert. Es ist nichts Neues angekommen. Wir sind wie immer fleißig am Einpacken und machen da jetzt natürlich auch weiter. Und, ja, wenn es denn hier nichts weiter zu funken gibt. Hier ist immer noch alles ein oder das gleiche Thema. Wir warten immer noch auf Wärme und frieren uns hier den Arsch ab. Ja, ansonsten, wenn nichts weiter hier passiert, dann melde ich mich wieder vom Schreibtisch aus. Tatsächlich ist hier doch noch was passiert und ich habe es gar nicht mitbekommen. Da sind nämlich noch Kartons, die ich fälschlicherweise für auch Igelkartons gehalten habe. Sind es aber gar nicht, denn da sind noch Bilder drin. So ein Zufall aber auch. Und wir haben hier zwei wunderschöne kleine Motive, die auch noch kompatibel miteinander sind. Die kann man dann sehr schön übereinander aufhängen und dann passen die ganz toll zusammen. Das sind zwei kleine Kätzchens und die Bilder sind 20x30 cm groß. Also was Schönes, Kleines für zwischendurch. Die packe ich gleich nochmal aus und dann zeige ich euch mal, wie die Bilder aussehen und wie man die so zusammenhängen kann. Schön, 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 schön. Also ist hier doch noch was passiert. Da sind die süßen Kätzchen. Da sind die süßen Kätzchens, wollte ich sagen. Also wir haben eine Katze und einen Kater. Würde ich jetzt mal einfach so sagen, dass das eine Mieze ist und das ein Kater. Und 20x30 habe ich schon gesagt. Und der Gedanke ist, man kann die dann so übereinander aufhängen, dann passen die noch sehr schön zusammen, weil die beide diese Blumen da haben. Und dann sieht das, glaube ich, ganz hübsch aus. Ja, schön. Also, bei diesem Motiv haben wir 24 Farben und bei dem 25. Eckige Steine sind dabei aus Harz. Ihr könnt es hier auch schon mal sehen. Ganz leichte Pastelltöne, bisschen weiß, bisschen braun. Und bei ihmchen haben wir auch noch ein bisschen grün mit dabei, blau. Also auch sehr, sehr schöne Farben. Ja, Standard Toolkit, wie gehabt. Sehr süß. Kriege ich direkt Lust zu palken. Oder Ina? Ich auch. Du auch? Welche würdest du denn palken? Ja, ich hätte die mit dir nicht. Ja, ich finde die auch sehr zauberhaft. Weil die ist auch sehr süß, aber die guckt so niedlich. Die will gepaintet werden. Stimmt, die will gepaintet werden. Willst du sie mitnehmen? Ich auch. Willst du sie palken? Ich habe ja noch den blauen Kranz. Ach ja. Wann machst du denn den blauen Kranz fertig? Vielleicht wird am. Na gut, dann gucken wir mal. Vielleicht kann ich euch diese Katze demnächst mal fertig gepaintet zeigen. Von Ina. Jetzt sitze ich wieder am Schreibtisch und ich kann es einfach nicht lassen. Das Herbstbild wartet. Die Donut-Anhänger warten. Aber ich möchte gerne das Kätzchen anfangen. Ich will es gar nicht komplett painten. Ich möchte einfach nur einen Test machen, ob da alle Steine funktionieren, ob die gut sind und so weiter. Weil das Bild ist von einem neuen Hersteller. Und bevor ich das in den Verkauf bringe, möchte ich natürlich sicher gehen, dass da alles stimmt, alles Tutti ist und ihr auch die wirklich absolute Teenie-Schnickschnack-Qualität bekommt. Und ja, deswegen habe ich mir jetzt diese Katze hier zurechtgelegt. Ich habe sie im Shop schon drin, aber noch nicht online. Und hier haben wir einmal Mietzekatze und einmal Mauzekater. So habe ich jetzt die Bilder genannt. Und ja, ich will ja einfach mal so stichprobenartig lospainten und einfach mal testen, ob alles wirklich perfekt ist. Ja, damit fange ich jetzt an. Ich mache gerne die Zeitraffer dazu an. Ist jetzt nicht so interessant, weil hier nicht so viel passiert. Aber ihr könnt einfach mal zugucken, was ich hier so mache. Und dann gebe ich auch gleich später nochmal ein Update, ob mein erster Eindruck gut ist. Zeige euch das nochmal und so weiter. Ja, schön ist, bei diesem Hersteller habe ich jetzt wieder die Steine in Zipperbeuteln bekommen. Das feiert ihr ja so extrem. Beziehungsweise ich finde es bei so kleinen Bildern wirklich extremst praktisch, weil man da keine zusätzlichen Aufbewahrungsmöglichkeiten braucht, sondern da gleich alles durchbereit hat, einfach alles wieder zurückverstauen kann. Das ist schon wirklich extrem praktisch. Habe ich schon extrem gesagt? Ja, ich glaube zum vierten Mal jetzt. Ja, also ansonsten ist alles wieder gewohnt, wie sonst auch. Die schöne weiche Leinwand habt ihr einen perfekten glasklaren Druck. Die Steine aus Harz und die sehen auch wirklich einwandfrei aus. Also da gibt es nichts zu meckern. Ja, also aber ich starte jetzt mal und ihr könnt das gerne jetzt einmal mit angucken. Juhu, es ist Mittwoch und hier ist was angekommen. Darauf haben wir jetzt sehnsüchtig gewartet, denn das ist noch Inhalt für den Adventskalender. Was das bedeutet, könnt ihr euch bestimmt denken. Wir gehen mal fix rüber ins andere Zimmer. Denn Jubel, Jubel, Freu, Freu, wir können jetzt die letzten Adventskalender fertig packen. Also diesen kompletten Stapel noch und je nachdem, wie wir so Gas geben, wird also in wenigen Tagen der Adventskalender wieder verfügbar sein. Dann war es das aber auch. Also wenn er jetzt nochmal online kommt, dann ist es der Rest, den es jetzt dieses Jahr noch zu kaufen gibt und dann ist Feierabend. Also wenn ihr das Video jetzt am Sonntag seht, guckt unbedingt im Shop vorbei. Vielleicht ist er schon verfügbar. Wenn nicht, dann in wenigen Tagen vielleicht morgen, übermorgen mal gucken, je nachdem, wie wir vorankommen mit dem Packen. Aber haltet die Augen offen. Weil wenn ihr noch geliebäugelt habt mit so einem Kalender, dann solltet ihr jetzt wirklich zuschlagen. Das ist dann die allerletzte Chance. Oh, ich freue mich. Dann können wir nämlich endlich in diesem Zimmer aufräumen, klar Schiff machen und vielleicht sogar endlich mein Büro einrichten. weil bis jetzt ist es ja wirklich nur Adventskalenderlager. Ja, wobei, wenn dieses Zimmer jetzt wieder als Büro umfunktioniert wird, wo machen wir dann nächstes Jahr die Kalender? Hm. Hm. Naja, wer weiß. Also, ich freue mich mega geil. So viele tolle Neuigkeiten. Dass der Adventskalender jetzt vorangeht, freut mich wirklich tierisch, denn dann sind wir hoffentlich bald durch. So, also hoffentlich bald durch im Sinne von, dass ich das Zimmer frei kriege. Also, ansonsten hat die Aktion natürlich super viel Spaß gemacht. Also, ich habe also diese Woche tatsächlich wirklich viel gepaintet. Katzenbild ausprobiert, Herbstbild weitergemacht, jetzt auch noch ein paar von diesen schönen Donut-Anhängern gepaintet. Also, schönes Einhorn haben wir hier. Dann habe ich den Panda gemacht. Ich finde das super süß mit diesen Wackelaugen. Da gibt es ja noch mehrere Tierchen mit den Wackelaugen. Wie gesagt, super robust diese Anhänger, weil die aus so einem dünnen Plastik sind und nicht aus Papier. Dann haben wir hier noch das süße Rentier. Und, wobei mir hätte hier ganz gut gefallen, wenn man in diesen Punkten die Steine noch andersfarbig gestaltet hätte. Vielleicht so als kleinen Tipp für euch. Vielleicht habt ihr noch andersfarbige Strasssteine. Ich glaube, das sieht auch ganz cool aus, wenn man es austauscht. Oder sieht es denn aus, als wenn das Rentier Pickel hat? Ne, vergiss es. Ich glaube, das könnte aussehen, als wenn es Pickel hat. So, genau. Und dann habe ich jetzt noch eben das Küken gemacht. Da zeige ich euch gleich nochmal einen Zeitraffer. Wie gesagt, keine Ahnung, ob euch dieser Zeitraffer immer interessiert, aber ich finde es immer ganz schnuckelig, wenn das so als kleiner Lückenfüller dazwischen ist. Das finde ich auch immer ganz interessant, das zu beobachten. Jo, also jetzt erstmal Feuer frei. Hier kommt der Zeitraffer und dann melde ich mich nochmal. So, also, Surprise, Surprise! Es ist heute Donnerstag. Ich beende heute schon den Tagebuchteil, denn wir fahren schon wieder weg über das Wochenende. Ja, und zwar haben wir uns spontan entschieden, einmal ins Legoland zu fahren, nach Dänemark. Ich habe richtig Bock. Wir machen einen ganz großen Familienausflug mit Oma, Opa, Tante, allem drum und dran. Das wird richtig, richtig cool. Ich freue mich tierisch drauf. Und nach dem letzten Urlaub bin ich so in Urlaubslaune. Also, ich habe so Bock, wieder was zu unternehmen, weil diese Family-Zeit ist einfach so, so wertvoll und so wichtig. Und ich habe früher immer gesagt, wenn die Leute gesagt haben, oh, wenn die Kinder erst mal in der Schule sind, dann kann man nicht mehr so viel unternehmen und nutzt die Zeit vorher. Und ich habe vorher immer gedacht, ja, aber die Kinder sind ja auch so klein. Und das ist irgendwie so, ah, schlagartig. Seit August hat sich meine Meinung geändert. Jetzt merken wir erst, wie es ist. Die Große ist jetzt in der Schule. und ich finde es so dramatisch, dass wir nur die Ferienzeiten haben, um Familienzeiten zu haben in der Intensität, Intensität, Entschuldigung, wie man sie dann im Urlaub eben hat. Das lässt sich im normalen Alltag ja gar nicht so einbauen. Und, ja, früher haben wir gesagt, einfach mal spontan, in der Woche komm, lass uns einfach losfahren, dann gehen die Kinder halt nicht in den Kindergarten und das geht jetzt halt nicht mehr. Das ist extremst schmerzhaft. Also, auch wenn jeder sagt so, ja, also das hätte ich mir vorher niemals so vorgestellt. Ja, genau, lange Rede, kurzer Sinn. Ja, ich hoffe, euch hat der Tagebuchteil gefallen. Ich finde ihn mega, muss ich sagen, es ist wieder so viel Abwechslung drin. Letzte Woche, glaube ich, der war ein bisschen lame, aber diese Woche läuft bei mir. Und, ach so, was erwartet euch nächste Woche? Doch, ich verrate es euch jetzt. Und zwar, ich habe euch doch am Anfang erzählt, dass es hier so einen Stift gibt, den ich gerade testen möchte. Der wurde mir von einer Zuschauerin empfohlen, in Sachen AB-Steine. Also, man hat ja bei AB-Steinen immer dieses Problem, dass das Wachs nicht ewig hält und die Steine immer abfallen und bla bla. Haben wir alle schon thematisiert. Und, äh, dieser Stift soll wohl wahre Wunder bewirken. Also, der hat hier hinten nämlich eine Wachsmine und hier vorne nochmal so eine dünne Mine. Und ich bin gerade ausführlich am Testen. Also, ich habe jetzt die normalen Steine gelegt, ich habe jetzt schon die Strasssteine gelegt. und jetzt werde ich höchstwahrscheinlich dann nächste Woche nochmal AB-Steine testen, ausführlich testen, ob das so funktioniert. Und, äh, wenn ich das genauso feiere, wie ich den Stift jetzt schon feiere, weil ich finde den wirklich mega und ich habe schon viel gepaintet und der ist noch nicht besonders doll abgenutzt hier vorne. Das ist natürlich revolutionär. Das ist großartig. Also, ich bin jetzt schon komplett begeistert von diesem Stift. Also, sicherlich kann man mit dieser Wachsmine jetzt nicht so doll die Steine aufsetzen und richtig drücken. Ähm, wenn man sich dann mal so ein bisschen versetzt hat, dann kann man mit dieser Seite wieder korrigieren. Das ist wirklich wunderbar. Auch mit der Seite kann man trotzdem auch Steine aufnehmen. Also, schön. Richtig, richtig schön. Gefällt mir richtig gut. Aber wie gesagt, es geht ja ums Thema AB-Steine und dafür würde ich euch diesen Stift gerne empfehlen. Aber das teste ich nächste Woche erstmal. Da halte ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Und, ähm, ja. Sonst habe ich nichts weiter zu sagen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn euch der Tagebuchteil genauso gut gefallen hat wie mir, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und spammt gerne grüne Herzen in die Kommentare. Dann weiß ich, oh, ihr fandet den auch ganz besonders toll. Ansonsten freue ich mich über alle möglichen Kommentare, auch Kritik und positives Feedback. Alles immer rein in die Kommentare. Wäre richtig toll. Stockt mich auch gerne auf meinen ganzen anderen Kanälen. Ihr findet mich auf Instagram, Facebook und TikTok. Und, ja. Seid immer schön lieb zueinander. Habt viel Spaß mit euren Bildern. Ich sag, Tschüss.